Norddeutsches Schiedwetter. 7400 sind dennoch mit dabei. Die erste Minute läuft Philipp Pentke mit dem Abstoß. Das ist Poggenberg, der legt zurück auf Pentke und der trifft den Ball nicht voll. Schäffler sofort da, kann dann auch abgedrängt werden von Tom Schäffel. Ja, dieses Anrennen der Stürmer bereits, das ist ein Geheimnis der Kieler in dieser Saison. Dieses frühe Stören des Spielaufbaus der gegnerischen Mannschaften. Carsten Neitzel im letzten Jahr, haben sie erst am letzten Spieltag, den Klassenerhalt so richtig gesichert. Jetzt stehen sie kurz vor dem Aufstieg in die zweite Liga. Tim Deinerberg am Donnerstag ist er 29 geworden. Sieht den Freistoß des Ex-Chemnitzers, Mike Kegel. Der ist ja im Sommer gekommen. Schäffler legt auf für Mark Heider. Geht ganz schön einfach. Chemnitzer komplett tief in den 16er gerückt. Da reicht diese eine kleine Ablage. Das ist das, was die Kieler von Schäffler immer wieder sehen wollen. Ballsicher machen und ablegen. Das ist Pockenberg, der vier Jahre ja hier in Kiel auch gespielt hat, von 2008 bis 2012. Den sie unbedingt in Chemnitz halten wollen. Gibt dann auch noch ein paar Diskussionen. Ist ja nur ausgeliehen aus Wolfsburg. In zwei, drei Wochen soll es mehr geben. Pockenberg mit dem Blick und dem feinen Ball auf den Fuß von Reggio Fosu. Der gegen Kohlmann. Auch vorbei an Heider. Und dann dieser Strich. Chemnitz führt's. Reggio Fosu mit dem 1-0 nach 20 Minuten. Tolle Einzelleistung von Reggio Fosu. Die Chemnitzer Bank sitzt hier im Regen und hat dennoch Spaß. Kein Wunder. Aus dem Stand lässt er Kohlmann einfach stehen. Heider kommt auch nicht hinterher und dann visiert er das lange Eck an. Kenneth Cronholm ist da vielleicht noch ein bisschen die Sicht versperrt. Riesentor von Reggio Fosu. Vorbereitet von einem Ex-Kieler von Pockenberg, der den Ball herrlich hinüber legt. Und das macht der Mann mit der Elf einfach großartig. Erste Chance im Spiel für Chemnitz und gleich die Führung. Dann das spannende Duell im Mittelfeld. Tim Danneberg gegen Mike Kegel. Ja, mit dem hat er ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Kegel hat Danneberg im Sommer im Mittelfeld hier in Kiel verdrennt. Ein Grund, weswegen das Kapitel Holstein-Kiel nach einem Jahr und fünf Spielen für Danneberg vorbei war. Faires Schickens zwischen dem Mann mit der 13 und dem mit der 14. Fink auf Danneberg. 18 Meter trifft er nicht voll. Tim Danneberg heute mit dem 195. Spiel in der dritten Liga. Und damit ist er einer der Top Ten, was die Einsätze in der dritten Liga betrifft. Wieder das frühe Stirn, die Balleroberung. Der Kieler Ball landet schnell bei Rafael Katzio. Der hat volle, freie Sicht und Schussbahn. Wendtke, Riesentatz. Der Kapitän im Sommer wird er gehen. Zur U23 nach Bremen. Der wird fehlen. Elf Tore. Der beste Kieler. Erst letzten Sonntag zweimal getroffen beim 2-2. Inhal. Endosek. Eine steht auf. Bittermann, Sie sehen, wieder Mike Kegel. Der legt auf für Schöffler. Und er macht das Tor. Zwischendrin noch Heidermal dabei. Ausgleich. 1 zu 1 nach 36 Minuten. Herrlich herausgespielt. Herrlich kombiniert haben sie das. Manuel Schöffler mit dem Olibar. Seit Mitte Februar steht da ein bisschen was. Über seiner Oberlippe. Obwohl es ja eher ein Olibar ist. Ein Oberlippenbärtchen. Viel ist da nicht. Egal. Der wird da erst abrasieren, wenn sie wieder verlieren. Jetzt zumindest sieht es danach nicht aus. Nach diesem Ausgleich. Diesem tollen Kopfball. Tom Schäffel kommt da nicht richtig mit hin. Lässt den Stürmer gewähren. Mike Kegel. Alle ruhenden Bälle von ihm. Schäffel und Kohlmann. Endres gerade noch dazwischen. Patrick Kohlmann, der hat noch nie getroffen für Kiel. Jetzt war er nah dran. Aber der Wadenblock von Endres verhindert es. 1 zu 1. Der Stand zur Pause. Carsten Hain hat vor der Partie gesagt, schauen wir mal, ob wir gegen ein Top-Team der Liga mithalten können. Das können sie. Insbesondere jetzt, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gleich der CFC mit Turbostarts. Anton Fink. Rollprop. 4 dicke Chancen in 8 Minuten für den Chemnitz FC zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Wir zeigen Ihnen die Besten. Anton Fink, der 16-Tore-Mann. Nur Bielefelds Kloß ist ja besser in der Liga. Wieder Fink. Der kann nicht nur schießen und Tore schießen. Der kann auch vorlegen. Reggio Fosu. Erneute Führung hatte er hier. Auf dem Fuß. Aus vollem Lauf jagt er den Ball auf die Tribüne. Kegel. Kegel bleibt Kuhl. Trotz der vielen Chemnitzer Chancen. Auf Fosu. Leichtfertig verliert er hier den Ball. Azior. Ballrutsch durch zu Mikkel Wendelblom. Schlechter Abschluss vor Mauländer. Die Mitte war komplett offen. Visiert trotzdem die linke Ecke an und verzieht dann da doch deutlich. Hier schön zu sehen, dass er einfach nur geradeaus hätte visieren müssen. Chemnitz über Ofosu. Unerhört schwer. Hier mal zu sehen. Gegen diese Kieler überhaupt vorwärts zu kommen. Nur 22 Gegentore. Weil sie eben alle verteidigen. Diese Abwehr wirklich Beton. Immer ein Fuß dazwischen. Und wenn er dann mal durchrutscht, der Schuss, wie hier im Fall von Tim Daneberg, oft nicht wirklich gefährlich für Kenneth Krohn. Ginkotta. Der zweite Ball über Stenzel. Findet dann draußen Löning. Scheffel läuft ein. Tom Scheffel. Ofosu geblockt. Nochmal Anton Fink. Noch ein Haken. Ja, das ist das Schwierige. Immer ist ein Fuß dazwischen. Immer muss ein Haken geschoben werden. Und dann verzieht er. Einmal hat es geklappt. Vorhin in Hälfte 1. Bei Reggie Ofosu. Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels. Mike Kegel. Hier, der lauert immer im Mittelfeld. Immer anspielbereit. Immer mit einer Idee. Nochmal heraus. Auch den Ball nimmt er. Die Chemnitzer Rücken raus. Kegel wartet perfekt auf den richtigen Augenblick. Sieg Katzio starten. Der legt ihn über auf Heider und der macht das Tor. 2-1 Kiel nach 69 Minuten. Wieder der Ausgangspunkt. Der Mann mit der 14, der in Dresden geboren wurde, über Chemnitz dann hierher nach Kiel kam. Philipp Pentke. Nichts zu machen. Auch bei dem Tor. Herrlicher Ball von Kegel. Und Katzio ganz uneigennützig. Uneigennützig der Kapitän legt auf für Mark Heider. Endres kommt zu spät. Kann den Ball nicht mehr wegspitzeln. Kiel dreht das Spiel mit dem 11. Saisontor von ihm hier, von Mark Heider. Gut 20 Minuten bleiben dem Chemnitzer FC noch. Karsten Neitzel, haben sie das leichte Grinsen gesehen? Die zweite Liga. Sie rückten hin. Dann noch fünf Minuten zu gehen. Chemnitz versucht, nimmt Pockenberg raus. Einen großen Rein mit Röseler. Einen langen Kerl für hohe, weite Bälle. Chemnitz hat eine Standardsituation. Freistoß. Anton Fink. Und Röseler orientiert sich nach hinten. Schleicht sich hinter den ganzen Block da hinten. Und der bekommt den Ball. Röseler Pfosten ohne Endres. Sia ist mit der großen Chance. Schafft es aus zwei Metern den Ball nicht unterzubringen. Am Ende bleibt es beim 2-1. Kiel rettet die drei Punkte ins Ziel. Kiel rettet die drei Punkte ins Ziel.